Ich weiß, im Gottesdienst muss man als Prediger immer so ein bisschen tasten und fühlen. Ja, wo willst denn du hin? Was ist denn dran? Was ist denn wichtig? Aber ich habe ein Wort, das passt so drauf, nicht wie die Faust aufs Auge, das wäre nicht das richtige Bild, sondern wirklich wie der Schlüssel ins das passende Schloss. Wir sehen uns die erste Folie an. Das ist eines der Ich-Bin-Worte Jesu. Also ein Wort, wo Thomas zu ihm kommt, also nicht einer von unseren Thomases, sondern Thomas, dieser zweifelnde Jünger und sagt, wir wissen überhaupt nicht, welchen Weg du gehst, wo es mit dir hingeht und was das alles soll. Also völlige Orientierungslosigkeit bei den Jüngern und in dieser Situation sagt Jesus dieses Wort, wo einer seiner Nachfolger, der eine ganze Zeit mit Jesus gegangen ist, völlig orientierungslos ist, da sagt Jesus, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als durch mich. Ein guter atheistischer Freund von mir hat mal gesagt, die Zeit der Kirche ist vorbei. Er irrt. Sie fängt gerade nochmal richtig an. Entscheidend ist, dass wir die richtigen Flöcke einschlagen, dass wir den Hammer des Wortes Gottes benutzen und genau darauf aufpassen, welche Markierungen wir setzen auf dem Weg, den wir gehen. Das ist, denke ich, ganz wichtig. Einiges in der Kirche, in der Gemeinde Jesu Christi wird sich verändern müssen, auch in den nächsten Jahren. Und das Bild des Zeltes ist ja ein sehr schönes Bild, was in der Bibel öfters vorkommt. Das Volk Gottes hatte am Anfang ja ein Zelt als Heiligtum. Manche evangelische Kollege wünscht sich statt seiner alten Kirche unter Denkmalschutz auch so ein Zelt, was transportabel ist und nicht so viel Geld kostet. Wir finden auch bei Paulus das Wort des Zeltes. Und zwar sagt er, als er beschreibt, was es bedeutet, sein Leben loszulassen und zu sterben, und das sagt er in 2. Korinther 5, wenn dieses Zelt abgerissen wird, abgebaut wird im Tod, so haben wir ein wunderbares Haus von Gott bereitet. Das erste Lied heute vom Haus hat mich daran erinnert. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Das sind so wie vier Flöcke von einem Zelt, die eingeschlagen wurden. Die nächste Folie. Als Kind hatte ich ein solches vierflöckiges Zelt. Ich war ganz stolz darauf und habe da auch manchmal nachts drin geschlafen, im Garten draußen. Wir kennen solche Flöcke und wie ein Zelt, die eingeschlagen werden. Wir wissen, dass das etwas ist, was uns Schutz bieten kann, was uns Hilfe ist. Nun hat man aber auch indianisch drei Flöcke bloß in Zelten gehabt. Und da werden wir erinnert hier an Weg, Wahrheit, Leben. Das ist etwas, was man könnte sagen, aus der Werbesprache. Eine ostdeutsche Lammproduktion hatte mal diesen Werbeslogen, Licht lockt Leute. Licht lockt Leute. Also was hier Jesus macht, ist keine Werbung und trotzdem ist es etwas sehr Einprägsames, was er uns damit deutlich macht. Und es sind auch die drei Themen, die eigentlich die Menschheit immer wieder interessieren. Auch wenn mein Freund, der Atheist ist, sagt, Kirche hat keine Chance. Genau das ist der Kern. Welchen Weg wollen wir einschlagen in einer multi-optionalen Gesellschaft? Wie wollen wir weitergehen in einer so unterschiedlichen und immer mehr zerfranzenden Vorstellung, was Leben ist? Welche Wege gehen wir? Diese Frage beschäftigt nicht nur Politiker, Wirtschaftsbosse, sondern wenn man mit Menschen redet, ist die Frage nach dem, wie geht das weiter? Mit mir persönlich in unserem Land, wie geht das weiter mit der Gemeinde, wie geht das weiter? Das sind Fragen, die sind open auf bei den Leuten, egal wen du fragst. Und die zweite Frage, die dann auftaucht, ist die Frage, gibt es überhaupt eine Wahrheit? Gibt es etwas, was unumstößlich ist? Kann ich überhaupt heute noch vertrauen bei so vielen Meinungen, die auftauchen und jeder meint es zu wissen? Und gibt es Menschen, die so vorbildhaft leben, dass man hinschauen kann? Also ich gucke mir momentan so die 80, 85-Jährigen an, die Vätergenerationen und gucke da nach guten Bildern, die das leben, wo Authentizität da ist, Echtheit, Natürlichkeit, im Glauben und im Leben. Die nicht nur von irgendwelchen Dingen reden im Glauben, sondern die das leben. Da gucke ich hin und sage, so, so will ich es machen. Und die dritte Frage ist ebenfalls die Frage nach dem Leben. Man möchte ja ewig jung bleiben, schön bleiben, nicht krank werden und so richtig schön leben. Also wir haben ja auch keine Falten, wir haben ja nur Lachfalten im Gesicht. Wir haben Schwierigkeiten zu akzeptieren, dass unser Leben zwei Seiten hat, nämlich eine auf dieser Welt und eine in der Ewigkeit. Diese Fragen beschäftigen die Menschen auch heute. Und Jesus ist die Antwort. Er gibt sie nicht, er ist die Antwort. Das ist ein Unterschied. Interessant ist, dass wir im Alten Testament schon in der Stiftshütte auch drei Symbole hatten, die ebenfalls darauf hindeuten. Da ist der Stock Aarons, der an die Wegführung Gottes erinnert. Da sind die Gesetzestafeln, die an die Wahrheit, die Gott uns gibt, erinnern. Und da ist das Manna, das uns erinnert an das Leben. Vom Brot des Lebens spricht ja Jesus ebenfalls. Wir haben also hier Dinge, die deutlich uns machen, wie es losgeht. Ich bin der Weg. Die nächste Folie. Interessanterweise sagt Jesus nicht, ich zeige euch den Weg. Er sagt auch nicht, ich kenne den richtigen Weg. Sondern er sagt, ich bin der Weg. Er unterscheidet sich damit von allen Religionsstiftern, die es auf dieser Erde gibt. Er sagt, ich bin es. In mir ist der Weg. Das ist ein himmelweiter Unterschied. Von daher hängt davon ganz viel ab, wie unsere Beziehung zu Jesus ist. Sie entscheidet darüber, ob wir auf dem richtigen Weg auch dann in unserem Leben gehen. Wenn er der Weg ist, ist egal, wo ich langgehe, wenn er dabei ist. Da kann ich auch mal einen Umweg gehen. Und selbst mal ein paar Schritte in die falsche Richtung, bis mir Jesus auf die Schulter klopft und sagt, du bist auf dem Holzweg. Dreh doch mal bitte um. Ja, manchmal lässt Jesus uns auch ein Stück in eine falsche Richtung gehen. Das lässt er uns. Und dann spüren wir, ach, das ist es nicht. Das ist so, wie wenn ich mit meinen Sandalen im Hochgebirge wandern will. Das mache ich ein Stückchen und irgendwann merke ich, das geht nicht. Da brauche ich meine Wanderschuhe und dann muss ich wieder zurückgehen. Ich bin der Weg. Das ist doch ganz klar. Die Rettung für mein Leben, den Sinn für mein Leben, finde ich nicht irgendwo, sondern ausschließlich bei Jesus. Das ist eine so klare Botschaft, die ist so deutlich. Und meine Verbindung zu Jesus macht mir deutlich, ob ich richtig bin. Wenn wir hier dieses Bild anschauen, so sehen wir hier einen Feuerwehreinsatz. Es ist nicht das richtige Bild, aber es ist da in Vietnam. Aber ich möchte euch erzählen von einem Brand in Procay in dem New Yorker Stadtteil. Dort hat ein Hochhaus gebrannt und man hat also Reparaturarbeiten an diesem Hochhaus gemacht und im 20. Stockwerk. Und dann ist dort ein Brand entstanden und die Flammen waren dann so hoch, dass sie also die drei Arbeiter, die noch im Haus waren, nicht mehr über das Treppenhaus dieses Haus verlassen konnten. Auch der Lift ging nicht mehr, weil einfach der Strom ausgefallen ist. Und dann kam die Feuerwehr und dann fuhren sie die Leiter an dieses Haus, wo diese Männer waren. Und dann stellten sie fest, die Leiter ist zwei Meter zu kurz. Zwei Meter zu kurz. Tragisch. Auf der einen Seite die drei Leute, auf der anderen Seite der Feuerwehrmann auf der Leiter. Und dann machte dieser Feuerwehrmann Folgendes. Dann stellte er sich auf die letzte Sprosse, vorletzte, sodass er noch Halt hatte, und stützte sich gegen die Hauswand. Und sagte, die drei Männer sollen über ihn klettern, die Leiter herunter. Er hat durch seinen Körper, hat er eine Verlängerung geschaffen, dass die Leute, diese drei Leute herunterkommen konnten. Und als alle drei unten waren, verließen dem Mann die Kräfte und er stürzte ab und kam zu Tode. Ich muss jetzt nach dem Namen mal gucken, dass ich den auch richtig lese. Immer die englischen Namen, da habe ich so meine Schwierigkeiten. Ja, wo habe ich den Namen hier stehen? Ja, Johnson Carson hieß er. Schwedischen Ursprungs, der Name. Johnson Carson. Und er hat im Grunde genommen das getan, was Jesus uns geschenkt hat. Über Jesus werden wir gerettet. Er ist der Weg, wie bei diesem Feuerwehrmann, diese drei Leute Rettung erfahren haben. Und als sie dann am Grab standen von ihm mit den ganzen Familien, dann wussten sie, in ihm sind wir gerettet worden. Und das ist es, was Jesus sagt. Ich bin der Weg, über mich gibt es Rettung. Das ist völlig klar. Er ist nicht der, der sagt, ich war der Weg. Er hat auch nicht gesagt, ich werde der Weg einmal sein in Zukunft oder Vergangenheit, sondern er hat es in einer permanenten Gegenwart gesagt. Das Wort, was da steht, meint also jetzt, jetzt immer, immer, immer wieder. Immer wieder ist Rettung da bei Jesus. Heute. Du kannst einen lebendigen Gott kennenlernen, wenn du dich an Jesus wendest. Jesus ist das zweite, nächste Folie. Er ist die Wahrheit. Das heißt, er lehrt nicht die Wahrheit. Er spricht nicht von der Wahrheit, sondern er sagt, ich bin die Wahrheit. Wahrheit ist nie relativ. Du hast deine Wahrheit, ich habe meine Wahrheit. Das funktioniert nicht. So meinen einige Leute heute, so sei es. Als ob man Wahrheit sich zurecht biegen könnte. Wenn du gelogen hast, hast du gelogen. Ja, ich habe doch bloß mal so ein bisschen, ja, sagt dann mir jemand, nein, Lüge bleibt Lüge. Wahrheit ist auch nicht nur etwas, was ich sage, sondern Wahrheit hat auch mit Handlung zu tun, mit Aktivität, mit Lebenskonzeption, mit Reinheit, mit Echtheit. Da hängt so viel dran. Ich habe einen Satz in meiner Kindheit gelernt, gelehrt bekommen von meinen Eltern, den habe ich nie vergessen. Ich fange mal an, ihn zu sagen, vielleicht kennt ihr die zweiten Teil. Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht, selbst wenn er dann die Wahrheit spricht. Das ist etwas, was wir in unserer Gesellschaft, in unserem Leben heute ganz stark brauchen. Jesus ist die Wahrheit. Warum denn? Weil er uns nicht schont und uns auch sagt, dass wenn wir so leben ohne Gott, dass wir verloren sind. Nicht verloren gehen werden, sondern wir sind verloren. Wir sind also in einer Situation, dass wir gottlos sind. Wir haben gottlos. Wir haben keine Beziehung zum Leben, weil Gott das Leben ist. Und das bedeutet, diese Wahrheit wird uns durch den Heiligen Geist, Jesus in Aktion immer wieder deutlich gesagt. Können wir im hohen priesterlichen Gebet ganz stark nachlesen, was der Heilige Geist da von Jesus her uns zeigt. Er führt uns in die Wahrheit über Jesus. Er führt uns in die Wahrheit über uns selbst und er führt uns in die Wahrheit über diese Welt. Dass die Welt vor die Hunde geht, wenn sie Gott nicht annimmt, wenn sie nicht in eine Beziehung mit Gott geht. Jesus ist die Person, die die Wahrheit über Gott sichtbar, spürbar, erlebbar gemacht hat. Und das Dritte, was wir hier sehen, wer Jesus erkennt, erkennt Gott und den Vater. Hier steht es, in ihm sind alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen. Das heißt also, wenn wir mit ihm zusammen, in einer Verbindung mit ihm leben, kommen wir in die Wahrheit hinein. Dann erleben wir, dass das wirklich, da funktioniert was. In ihm sind alle Schätze verborgen. Das heißt, wir können da auf Schatzsuche gehen und das ist natürlich etwas ganz Tolles, wenn ich also mit Gott leben kann. Wenn ich natürlich in Unwahrheit leben möchte, wenn ich mir selbst die Tasche legen möchte, das kann ich machen. Aber dann komme ich nicht vorwärts. Ich bin die Wahrheit, sagt Jesus. Er sagt nicht, ich weiß die Wahrheit, ich habe mal davon gehört, sondern ich bin die Wahrheit. Und Wahrheit ist etwas, was ich von Gott mir auch schenken lassen muss. Das ist nicht schön, wenn ich in der Gegenwart Gottes auf einmal mich selbst erkenne. Das, was wir Bekehrung nennen, was wir Anfang im Glauben nennen, ist, dass wir erkennen, ich bin ein Mensch, der getrennt ist von Gott. In meiner Schuld, in der ich lebe, kann ich vor Gott nicht bestehen. Ich weiß nicht, ob du diese Erfahrung gemacht hast, ob du das wirklich erlebt hast, dass du ein Sünder bist. Ob du erschrocken bist darüber, ob du geweint hast darüber, wie weit du weg bist von Gott, ob du diese Wahrheit schon mal erkannt hast. Das ist auch für einen Pastor nicht schön, wenn er auf einmal erkennt, wenn Jesus nicht mein Leben hält und verändert, dann bringt das alles nichts. kann ich die tollsten Predigten, die wunderbarste Seelsorge geübt haben. Ich muss die Wahrheit erkennen. Jesus macht mich frei. Das Kreuz deckt meine Schuld. Sein Blut hat bezahlt. Sein Leib hingegeben, wie der Feuerwehrmann. Diese Wahrheit zu erkennen, ich bin rettungslos verloren und ich habe nur einen Weg der Rettung, das ist der Weg. Und das wollen wir manchmal als Menschen nicht wahrhaben. Wir reden uns ein, dass wir eigentlich gar nicht so schlecht sind. Und ja, alle sündigen doch und jeder ist doch nicht ganz so perfekt. Und ich kenne diese ganzen Sätze. Ich habe sie auch schon gedacht. Aber die Wahrheit ist, Jesus will mich frei machen, auch von diesen dummen Gedanken. Er hat mehr für mich. Er hat ein echtes, authentisches Leben. Letztes Thema, Jesus ist das Leben. Nächste Folie bitte. Hier unterscheidet die Bibel zwischen zwei Begriffen. Zwischen dem Wort Bios, das kennen wir also biologisch. Das ist das, was wir hier merken. Wenn man uns kneipt, dich mal, dann merkst du dein Bios. Dein körperliches, bitte nicht deinen Nachbarn kneipen. Ja, oder subsen, dann merkst du das, wenn der blaue Fleck kommt. Bios. Und das andere Wort ist Zoe. Und das meint etwas ganz anderes. Es meint das Leben aus Gott, das geistliche Leben, das nicht zerstört werden kann, weder durch Krankheit, Tod, Leid, irgendetwas. Nichts kann uns scheiden davon. Von diesem Zoe, von diesem Leben, was aus Gott kommt. Dieses ewige Leben, dieses Leben mit Qualität, dieses Leben, die Luther-Übersetzung beschreibt es, Leben und volle Genüge, Leben im Überfluss. Man versucht da Worte zu finden. Die Frage ist, ob wir in diesem Leben leben, was uns Jesus da gebracht hat. Ist das das, was wir wollen? Leben wir genau in diesem Leben? Ich habe dieses neue Leben nicht aus mir selbst heraus. Ich kann es mir nur schenken lassen von Gott. Mir ist es verloren gegangen, als Mensch dadurch, dass die Welt in Schuld gefallen ist. Wir kennen die Geschichte vom Sündenfall. Wir leben im Grunde genommen in diesem System. Und wir können heraustreten aus diesem System, wenn wir uns mit Jesus verbinden. Wenn er in unserem Leben ist. Oder wie Paulus es sagt, wenn wir in ihm sind und er in uns lebt. Ja, so eine Doppelung. Das heißt, wenn wir so dicht mit Jesus sind, dass also da nichts dazwischen kommt. Wenn er sogar in unserem Leben drin ist. Dann haben wir dieses Leben. Dann werden wir ein neues Haus haben in Ewigkeit. Die Frage ist, besitzt du diese neue Identität? Weißt du darum? Hast du das? Lebst du in dem, was da Gott für dich bereithält? Oder schwangst du noch? Hast du Zweifel? Jesus ist für dich gekommen. Wie für eine ganze Welt, um uns zu zeigen, dass er der ist, der uns die Brücke zu Gott bildet. Aber er ist mehr nur als ein Lehrer oder ein Prophet. sondern er ist der lebendige Gottes. Der lebendige Sohn Gottes. Und das macht er hier sehr deutlich. Und wenn er dann diesen Satz sagt, diese Tatsache sagt, diesen zweiten Teil der Aussage, die wir radikal, exklusiv, intolerant bezeichnen können, niemand, keiner kommt zum Vater als durch mich. Es gibt keinen Weg an Jesus vorbei. Gefällt mir nicht immer, der Satz. Aber er ist wahr. In Jesus ist das Heil. In ihm ist die Rettung. In ihm ist das neue Leben. In ihm können wir mit Gott in Gemeinschaft leben. Ja, diese Worte können wir als beleidigend empfinden. Sie sind auch vielleicht nicht ganz so angepasst in unseren momentanen Denkstrukturen der Menschheit. Man soll doch bitteschön tolerant und lieb sein. Aber sie muten uns die Wahrheit zu. Gott ist es, der uns in Jesus klar sagt, was Sache ist. Denn sie bieten uns eine Hoffnung und eine Chance für unser Leben. Jesus sagt, ich bin, ich bin der Weg. Du kannst auf diesem Weg in der Verbindung mit mir gehen. Ich bin die Wahrheit. Du kannst es erkennen. Und ich bin das Leben. Wenn du dich mit mir verbindest, wirst du leben, selbst wenn du stirbst. Das finde ich eigentlich eine ganz super Geschichte. Von daher mag ich diese Radikalität Jesu, diese Klarheit, diese Deutlichkeit. und wir dürfen als Gemeinde Jesu das auch leben und verkündigen. Das heißt nicht, dass wir andere Meinungen, Menschen einfach abwerten, aber wir dürfen sagen, was wir erkannt haben, was wir erlebt haben und was wir gesehen haben. Und wenn das wieder Mitte der Gemeinde Jesu wird, Kirche, Mitte der Kirche, dann haben wir die richtigen Flöcke eingeschlagen für das Zelt. Und wir erleben, wie Gott in Kirche Jesu Christi in der Gemeinde einen unwahrscheinlichen Schwung hineinbringt, eine unwahrscheinliche Dynamik. Ich wünsche euch, dass ihr dieses Wort mitnehmt in diese Woche, darüber meditiert, nachdenkt und euch ermutigen lässt. Die Verbindung mit Jesus, Jesus ist es. Das macht den Unterschied, eure Beziehung zu Jesus. Und in dem Maße, wie ihr da investiert, in dem Maße, werdet ihr erleben, wie auf dem richtigen Weg seid, wie ihr die Wahrheit erkennt und wie ihr Leben habt, qualitatives Leben. Selbst in Schwierigkeiten, wenn die Berge vor uns stehen oder die Täler schluchten. Amen. Amen.